Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei König Jaromar und unserem Königreich Mecklenburg-Pommen. Es gibt Männer, die werden im Alter immer ansehnlicher und attraktiver, aber ich glaube, unser König Jaromar gehört nicht dazu, meine Privatmeinung. Wie auch immer, wir sind zurück im Jahr 1212 und ich glaube, es ist an der Zeit, mal wieder mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was sind jetzt eigentlich die nächsten Ziele, was ist der Stand der Dinge, was haben wir hier eigentlich erreicht, was bedeutet das für unser Königreich und was sind die wichtigsten Personen im Reich, um die wir uns kümmern müssen, wie gewohnt so am Anfang der Staffel, um reinzukommen. Als erstes natürlich die große Tat von der letzten Staffel war die Gründung eines, naja, nicht die Gründung eines neuen Glaubens, sondern die Reformierung des vorhandenen Glaubens. Aus diesem Grund können wir unseren Glauben auch nicht umbenennen. Es bleibt weiterhin der Glaube Slovianska Pravda, aber es ist jetzt ein organisierter slawischer Glaube. Ihr wisst, Ahnenverehrung, Kommunion und Gemeindeverflechtung sind die zentralen Bestandteile. Vor allem Leinpriester sind jetzt erlaubt, männlich dominiert, weiter und naja, und der Herrscher ist gleichzeitig das Glaubens, der Glaubens, das Glaubensoberhaupt, entschuldigt. Zurecht wurde hier und da gefragt in den Kommentaren, was bedeutet das jetzt eigentlich in der Glaubenspraxis? Wie kann man sich das vorstellen? Ich würde erst mal sagen, dass das natürlich jetzt erstmal irgendwie so ein fließender Übergang ist. Das Volk versteht das alles noch gar nicht. Der Volksglaube ist ja noch der Alte. Das müssen wir nach und nach jetzt durchsetzen. Wie kann man sich das vielleicht zukünftig vorstellen? Ich denke da so ein bisschen vielleicht so an den spätrömischen Kaiserkult oder vielleicht auch den japanischen Tenno-Kult. Ja, das heißt, man weiß natürlich, dass der Herrscher irgendwo ein Mensch ist, aber man weiß auch, dass der Herrscher oder man glaubt daran, dass der Herrscher eine göttliche Beziehung hat. Also einen Draht nach oben. Ich glaube auch nicht, dass die alten slawischen Götter jetzt abgeschafft sind, sondern dass die Krutheus, die Dynastie der Krutheus gewissermaßen aufgestiegen sind, Teil dieser Götterwelt jetzt auch sind und manche eben als Lebende unter ihnen weilen. Und die Toten, die werden dann zusätzlich noch besonders verehrt. So vielleicht erst mal im Grundsätzlichen. Es wird weiterhin Priester geben, in dem Sinne, dass sie natürlich die Rituale irgendwie anleiten. Und ich finde, da gab es auch mehrere interessante Kommentare dazu. Ich denke, wir sind jetzt auf dem Weg auch zu einem Schriftglauben. Einerseits wird das die Funktion der Priester und vor allem des Ratspredigers sein, den Ahnenkult auch zu fixieren. Also aufzuschreiben, was die Krutheus so Grandioses geleistet haben und wo sozusagen dann ihre Göttlichkeit sich zeigt. Das machen die Prediger, die Priester. Aber natürlich gibt es weiterhin ein Kult. Wir haben ja die Kommunion auch gewählt. Muss ja nicht so sein wie im christlichen Glauben. Aber irgendwelche rituellen Handlungen, über die wir uns ja noch einigen können, die werden in dem Zusammenhang stattfinden. Außerdem sind wir vom Naturglauben weg. Das heißt, in die bisherigen heiligen Haine der Slaven werden langsam so etwas wie Statuen und Gebäude, Tempel einziehen. Und ich denke auch, gerade weil es ein Ahnenkult gibt, wird auch mit den Gräbern, mit den Grabstätten irgendwas Besonderes geschehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so in dem Sinne wie die ägyptischen Pyramiden, jetzt so Steinpyramiden, aufgeschichtet werden. Aber vielleicht so riesige Hügelgräber oder sowas, das vielleicht passt kulturell ähnlicher. Also und dann natürlich mit wertvollen Grabbeigaben und alles, was dazu gehört. Also so ungefähr ist mal so eine erste Skizze dessen, was wir jetzt hier erwarten können. Und ich möchte daran erinnern, dass wir natürlich noch nicht am Ziel des Ganzen sind, zumindest Jaruma noch nicht. Denn er hat natürlich noch das große Ziel, hier diese Blutlinie auch offiziell zu weinen. Irgendwie gehört das zusammen, dass die Dynastie natürlich heilig wird und damit die Blutlinie heilig wird. Das ist eines der großen Ziele der Zukunft. Oder sind wir jetzt schon bei den Zielen und da wurde jetzt vielfach darüber gesprochen, ob nicht der Moment günstig ist, jetzt hier in diesen Krieg oder in diesem Bürgerkrieg einzugreifen des Heiligen Römischen Reiches. Frankreich will sich wieder lossagen. Ich muss sagen, ich sehe das im Moment nicht. Also natürlich ist sein Ehrgeiz nicht ermüdet. Aber ich denke nicht, es gibt ja das große Trauma mit diesem Krieg oder mit dem verlorenen Krieg gegen das Heilige Römische Reich. Und er fühlt sich, glaube ich, in seiner Position noch nicht hundertprozentig sicher. Also ich denke, dass wir erstmal noch kurzfristige oder andere Ziele erreichen müssen. Wir müssen schauen, dass der neue Glauben wirklich auch bei den wichtigsten, also bei fast allen Herzogstiteln umgesetzt ist, also eingeführt ist, dass die wichtigen Leute im Reich daran glauben. Da gibt es noch einige Maßnahmen, die wir ergreifen können. Und die Blutlinie muss etabliert werden. Und dann, ja dann, falls ihm noch die Zeit bleibt, ich meinte, er ist sehr gesund, dann steht natürlich das Thema des Ritterordens noch an. Denn mit Ritterorden auf christlicher Seite hat er schon oft zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass er den auch noch gerne etablieren möchte. Mal schauen, ob ihm die Lebensjahre noch bleiben. Vielleicht wird es nochmal einen großen Krieg geben. Ich will das nicht ausschließen. Viel wahrscheinlicher sind vielleicht eher kleinere Kriege, die auch einfacher zu führen sind, weiter im Osten gegen die Orthodoxen. Aber das wird jetzt noch nicht sofort eine Rolle spielen. So, das vielleicht zu den Zielen. Was gehört zu diesen kurzfristigen Zielen dazu? Also, stabilisieren. Wir müssen die Altgläubigen identifizieren und gucken, wie wir die überzeugen oder einhegen können. Dann geht es immer noch um Rana, um Rügen. Da haben wir ja einen Plan. Da warten wir, bis der alte Graf stirbt. Gegen den Nachfolger haben wir ein starkes Druckmittel. Der wird uns dieses Heiligtum abgeben. Das ist ja erklärtes Ziel. Wir werden Tempel bauen, dort wo es geht. Einfach um auch nötige Frömmigkeit zu bekommen, um diese Blutlinie zu haben. Und ich glaube, wir können auch damit gleich einsteigen. Wir gucken mal durch. Es gibt gar nicht mehr so viele Besitztümer. Hier ist noch eines frei. Ich denke, hier passt das ganz gut, wenn wir ein Tempel errichten. Kostet uns 400. Wir haben 1700. Können wir uns erlauben. Fünf Jahre dauert das allerdings. Ist eine relativ große, lange Dauer. Aber wir haben in Novgorod noch eine Möglichkeit. Das ist ja sowieso das Heiligtum. Da können wir vielleicht auch noch passenderweise ein Besitztum errichten. Warum geht das hier nicht? Manchmal klickt man drauf und es passiert nichts. Also zwei neue Tempel werden errichtet. Dann gibt es ja immer noch diese großen Tempel in den Heiligtümern. Da haben wir in Plock schon ein errichtet. Die sind sehr, sehr teuer. Aber ich denke, sein Ziel wird es auch noch sein, ebenfalls eins in Novgorod zu errichten. Kostet aber 1000. Können wir uns im Moment noch nicht leisten. Und natürlich noch im dritten Heiligtum auf Rügen. Also das gehört irgendwie dann auch noch dazu. Ja, das ist es im Wesentlichen. Das sind so die kurzfristigen Ziele. Damit werden wir einige Zeit zu tun haben. Und dann gucken wir mal, wie wir vielleicht noch expansionistisch weitergehen. So, dann muss ich auf drei, vier Dinge noch eingehen, die ebenfalls in den Kommentaren thematisiert wurden. Als erstes, ja, ich habe irgendwie völlig übersehen, wie Ostfriesland und Stade an unser Reich gefallen ist. Wobei, ich weiß gar nicht, Stade hatten wir? Nee, Stade hatten wir auch noch nicht. Ich habe mir das angeschaut. Der Grund ist tatsächlich, da gab es eine Erbschaft hier an die Krishmala, an die Herzogin Richessa, die inzwischen gestorben ist. Die muss das irgendwo von den Vertin-Emden geerbt haben. Und seitdem ist das im Reich, hatte ich damals nicht beachtet, wurde mir auch nicht angezeigt. Danke nochmal für den Hinweis. So, dann wurde mehrfach gesagt, ich könnte doch die neuen Tempel verleihen an unsere Töchter. Und da ist es weiterhin so, und aus dem Grund habe ich das auch nicht ins Auge gefasst, und da gab es aber gegenteilige Auffassungen in den Kommentaren. Wir können an Frauen im Reich keine Besitztümer verleihen, und das gilt auch für Tempel. Ich nehme mal unsere älteste Tochter Bertha, die schon wieder Witwe geworden ist, und ihr seht es jetzt, Titel vergeben. Die slovenskanischen Doktrinen erlauben es Herrscher nicht, Frauen Titel zu verleihen. Es ist also nicht möglich. Wir müssen tatsächlich sogar einen weggeben, nämlich hier, wir haben einen Besitztum zu viel, und da werden wir diesen Tempel auch weggeben, an einen niederen Adeligen. Hätte ich gerne jetzt an eine meiner Töchter gegeben, aber das geht nicht. Außerdem wurde gefragt, ob diese automatisch generierten Adeligen, ob die auch unseren Glauben haben, unseren neuen Jahr, den haben sie. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Gott sei Dank. Dann wurde in den Kommentaren gesagt, ich würde automatisch ohne Tyrannei Titel entziehen können, wenn von Herrschern Bekehrung abgelehnt wird. Ich habe das ausprobiert. Ich will es euch jetzt nicht demonstrieren, weil das wäre jetzt doof in diesem Spielstand, aber ich habe es ausprobiert. Nehmen wir mal an, hier, Herzog Kornell ist altgläubisch. Wenn ich ihn jetzt auffordere, sich bekehren zu lassen, zu konvertieren, dann wird er ablehnen. Könnte annehmen, heißt, er wird vermutlich ablehnen. Und ich habe es ausprobiert. Wenn ich dann mache, Titel aberkennen, darum geht es ja am Ende, dann bleibt das eine tyrannische Aktion. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich es getestet habe. Also diese Information stimmt nicht. Zu einfach kommen wir nicht an Titel ran. Was natürlich richtig ist, wir können Ansprüche erzeugen. In Rügen würde das vermutlich auch gar nicht so schwer gehen, aber da haben wir ja unser Druckmittel. Das ist die bessere Variante. Und zu guter Letzt Thema Plündern. Ein Nebeneffekt unseres organisierten Glaubens ist es, dass wir nicht mehr plündern können. Wir sind jetzt eine zivilisierte Kultur mit einer zivilisierten und organisierten Religion. Und dies ist uns in diesem Moment nicht mehr möglich. Ja, ein nicht ganz unwesentlicher Effekt, über den wir noch gar nicht gesprochen hatten. Soweit jetzt erst mal zu den Vorbemerkungen. Entschuldigt, dass das etwas länger gedauert hat. Jetzt kommen wir zu den Aktionen, zu den Dingen, die wir jetzt tun wollen. Und ich finde, wir starten mal wieder. Gut, unseren König oder unseren Jaromar kennt ihr. Natürlich noch ehrgeizig, sadistisch und gierig. Daran hat sich nichts geändert. Viele, viele Eigenschaften hat er hinzubekommen. Seine Frau ist immer noch die treue, alte Königin Inge Gerg. Naja, so alt ist sie gar nicht, die ist jünger als er. Ja, geduldig, maßvoll und gerecht. Was für eine Königin. Und sie lässt sich nach wie vor gerne schlagen von ihm. So lautet ja die Geschichte, die man sich erzählt von den beiden. Viel wichtiger sind die, ja, die wichtigen Großen im Reich. Und wir fangen mal an mit unserem Freund und Halbbruder Prinz Kaur. Das ist einer der letzten alten Recken, so nenne ich ihn mal. 68 Jahre inzwischen alt. Er ist auch Ratsspitzel geworden und ist treu an unserer Seite. Ebenfalls ehrgeizig, fleißig, nachsichtig, inzwischen zynisch geworden. Vielleicht diesen Religionswechsel nicht wirklich mit vollem Herzen mitgemacht. Gleichzeitig Herzog von Masuren und Herzog von Pomerellen. Er hat aber dementsprechend gewechselt. Dann wichtig hier unser neuer Ratsprediger, der jetzt, ja, vor allem, ihr wisst, welche Bedeutung er jetzt hat. Er schreibt gewissermaßen die Chroniken der Kruteus als neue heilige Schrift. Der ist Herzog von Samorogitia und Kurland. Ist allerdings nicht sonderlich mächtig in dieser Funktion. Aber eine Vertrauensperson. Schaut mal, passt ganz gut. Unser Prediger ist ein mitfühlender Lakai, treuherzig. Also absolut unproblematischer Geselle. Dann haben wir aber eher, der einzige, der so ein bisschen problematisch ist, ist Herzog Leszek III. Jung, 20 Jahre alt. Allerdings fürchtet er sich vor uns. Insofern auch kein wirkliches Problem. Kruteu Kolding, Herzog von Seeland und Lutizia. In der Hinsicht durchaus auch einigermaßen mächtig und ist altgläubig. Und insofern, ja, durchaus kann er ein Problem werden. Ist aber, wie gesagt, nicht, weil er Angst vor uns hat. Hier kommen wir auch nicht so einfach ran. Dann, ich denke, wir werden, das ist, glaube ich, der einzige Problemfall noch so ein bisschen. Ich denke, wir werden mal Folgendes tun. Wir werden versuchen, irgendwie Druckmittel gegen ihn zu generieren und werden mal versuchen, unseren Ratsspitzel Geheimnisse rauskriegen zu lassen. Wir haben ja gelernt, die Großen, die befinden sich an unserem Hof. Dementsprechend müssen wir an unserem Hof auch suchen. Dann haben wir Herzogin Gelenis, die auch gewechselt ist. Die Herzogin von Lettgallen, die, ja, ziemlich an unserer Seite steht. Sie ist dementsprechend auch die Ratskanzlerin und im Rat vertreten. Und wir haben eine interessante Person, kein Herzog, aber aus diesem mächtigen Grafengeschlecht, der von Lübeck. Graf Vincenti, 46, inzwischen hat er geerbt, ist auch ein Mächtiger und ist verheiratet mit Prinzessin Ausala, einer Schwester von uns. Dadurch, dass er auch organisiert glaubt, also gewechselt ist, ist er auch wohlgesonnen und dementsprechend hat er eine Funktion. Nee, er würde gerne eine haben, hat er aber nicht, ist Champion, ist ein ganz guter Kämpfer. Jo, das sind so erstmal die Wichtigen. Es gibt noch ein paar andere Herzöge, die wir jetzt erstmal nicht erwähnen müssen, die erwähnen wir aber gleich. Nämlich, jetzt geht es um die Altgläubigen und was wir mit oder gegen sie tun können. Also über Herzog Leszek haben wir schon gesprochen, brauchen wir nicht mehr. Dann, ah, es gibt jetzt noch zwei andere Herzöge und zwar Herzog Petrus von Pruzen. Der ist 44, der ist noch altgläubig, aber bei dem ist es im Moment auch kein Problem. Wir könnten zwar irgendwie versuchen, Druck zu machen, aber mit dem haben wir ein Bündnis. Und insofern wird er keinen Stress machen. Die Sache wird sich mit der Zeit meines Erachtens erledigen. Deswegen warten wir da einfach mal ein bisschen ab. Also hier brauchen wir nichts tun. Bei einem anderen, da können wir was tun. Nämlich, wir haben, warte mal, was ist eigentlich mit ihm? Achso, Herzog Cornel, genau. Herzog Cornel ist auch altgläubig. Der ist Herzog von Jüland, aber der ist schon relativ fortgeschritten im Alters. Der hat einen Sohn, elf, der wird erben. Und hier können wir was tun. Hier können wir die Vormundschaft anbieten. Und ich würde mal sagen, das übergeben wir unserem Sohn Prinz Thomas. Der wird dafür sorgen, dass er unserem Glauben angehört. Er ist schon elf, das wird also auch nicht ewig dauern. Und Vorschlag wird akzeptiert. Und so wird das in der nächsten Generation gelöst werden. Und hier haben wir noch einen Herzog, der ist aber erst drei, bei dem ein ähnliches Problem ist. Auch er hat den neuen Glauben offiziell noch nicht angenommen. Er hat, er ist ziemlich, ja, er hat jetzt nur irgendwelche schwachen Berater an seiner Seite. Aus dem Grund dürften wir ihm auch die Vormundschaft anbieten können. Und auch das wird unser Sohn erledigen. Und auch hier können wir ihn sicher zum Glauben konvertieren. Okay, das heißt, diese beiden Herzogtümer sind dann auch geregelt. Dann haben wir noch einen im Rat, der altgläubig ist. Und das ist der Graf und Ratsverwalter, Graf Besprüschen. Ich glaube, keine Ahnung, ob er so ausgesprochen wird. Den werden wir einfach entlassen. Denn wir haben einen sehr talentierten Sohn, nämlich eben genannter Prinz Thomas. Der kann diesen Job übernehmen, meines Erachtens. So, weisen wir zu. Der andere ist sauer darüber, ist uns egal. Er übernimmt das. So, damit haben wir jetzt auch eine wichtige Position nochmal mit einem Glaubensbruder ersetzt. Und ich glaube, ja, eigentlich alles Wichtige getan. Eine Sache noch mit diesem hier, dem Graf Vincenti. Können wir ein Bündnis schließen? Ich weiß gar nicht, warum mir das oben nicht angezeigt wurde. Wartet mal, hier. Bündnis aushandeln. Da gibt es ja Eheverbindungen, bestand aber nicht automatisch. Aber das sichert uns auch noch ein bisschen innenpolitisch ab. Soweit erstmal zu diesen Geschichten. Dann haben wir ein Herzogtum zu viel. Und ich denke, das sollten wir schon vergeben. Die Frage ist, an wen? Wir können natürlich nur entsprechend der Erbschaft vergeben. Und, ja, also das Herzogtum Mecklenburg werden wir natürlich jetzt noch nicht vergeben. Wir könnten Schonen vergeben an Rodulwart. Wir könnten auch Pommern vergeben an Tomasch selbst. Ja, das Problem ist ja schon, da besitzen wir selber so viele Grafschaften in Schonen. Wobei, die würde er dann auch erben. Er wird das sicher uns nicht übel nehmen. Ach, wisst ihr was? Wir geben das Rodulwart. Er bekommt jetzt schon das, was er später erben wird. Nämlich das Herzogtum schonen. So. Okay. Das wird ihn freuen. Und wir haben ein Problem weniger. Ja, dann noch ein paar Kleinigkeiten. Im Rat werden wir noch was ändern. Wir werden uns mal um heimische Angelegenheiten kümmern. Wir können weiter bekehren. Das werden wir weiter in Mecklenburg machen. Und wir werden den Ratsmarschall mal auf Befehlshaber ausbilden gehen lassen, weil die Mannzahl zu maximieren ist im Moment jetzt nicht nötig. Okay. Damit haben wir die wichtigsten Dinge getan. Eine Fraktion hat sich aufgelöst. Die Erziehung wird akzeptiert. Hervorragend. Außerdem will ich ein bisschen... Warte mal. Ein Ratsposten ist nicht besetzt. Ach so. Wir müssen wahrscheinlich neu zuweisen, weil der Herzog... Er ist jetzt... Hm? Was ist denn jetzt los? Warte mal. Warum steht er nicht mehr zur Verfügung? Warum steht unser Sohn plötzlich nicht mehr zur Verfügung? Hm. Okay. Bündnis wird akzeptiert. Ich gucke mal kurz. Was ist mit ihm los? Prinz Tomasch. Ah, verdammt. Der ist irgendwie... Warum ist der denn jetzt plötzlich landlos geworden? Das ist merkwürdig, ehrlich gesagt. Hatte er... Hm. Der war... Der war vorher noch Graf von irgendwas. Hm. Bin mir nicht ganz sicher. Was hier passiert ist... Können wir ihn an den Hof holen? Was macht er denn? Besucht irgendwo den Hof. Was ist... Warum ist der abgehauen? Kann ja nicht wahr sein. Wir könnten ihm jetzt irgendeinen Titel geben. Das wäre eine Möglichkeit. Prinz Tomasch. Was wird er denn erben? Er wird... Ähm... Die Grafschaft Stettin erben. Das lösen wir dann eben so. Dann geben wir ihm jetzt schon die Grafschaft Stettin. Hatte der irgendwo möglicherweise einen Titel in Schuhen? Nee, das glaube ich nicht. Okay, vergeben wir ihm den Titel und dann müsste er eigentlich auch wieder als Ratsverwalter zur Verfügung stehen, oder? Ja, da ist er schon wieder. Hm, also weiß ich. Bin mir nicht sicher, was jetzt hier gerade eben nebenbei passiert ist. Vielleicht werdet ihr das aufklären. Ansonsten ist es auch nicht so dramatisch. Diverse Fraktionen lösen sich auf. Wer marschiert hier an Land? Ah, das ist wahrscheinlich Teil dieses Krieges. Und wir haben einen neuen Vorzug. Ja, und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir hier im Bereich Folterer weitermachen wollten. Ich gucke mal ganz kurz. Hm... Ermöglicht das Druckmittel fingieren? Komplott Geheimnisse aufschwüllen. Kann auch Druckmittel einbringen. Das ist auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wir haben es bisher, ich gebe zu, zu wenig gefoltert. Das könnte in Zukunft auch nochmal ein Thema werden. Finstere Erkenntnisse und schrecklich... Schreckenszuwachs ist für uns auch eine wichtige Sache. Also hier kriegen wir ein neues Komplott. Das, glaube ich, wählen wir mal als nächstes. Weil das könnte uns jetzt genau schon an dieser Stelle nützen. So, was passiert hier? Ähm... Okay, sie hat irgendwie hier Versprechungen gemacht gegenüber Graf Piotr. Okay, Feudalsteuern werden verringert. Was in Pleskau jetzt nicht so ein Riesenthema ist. Wir könnten auch sagen, er hat ein schwaches Druckmittel. Oder wir verwenden ein schwaches Druckmittel, was wir sowieso haben. Ja, dann machen wir das. Das ist, glaube ich, das Beste. So, ich will mal gucken, wie ich das jetzt hier verwenden kann. Zum Beispiel Herzog Leschek. Was können wir denn hier machen? Wir könnten ein Druckmittel fingieren. Versuchen wir das mal. Ja, schaut mal. Das sieht sehr erfolgversprechend aus. Gehen wir mal diesen Weg. So. Okay. Er meldet sich, dass er keine Geheimnisse über den Hofarzt herausbekommt. Ja. Wir wollen... Ja, wir können jetzt mit Geld ein Druckmittel bekommen. Aber Branimir ist für uns eigentlich überhaupt kein Thema. Es gibt keinen Grund, warum wir stattdessen Freunde sein könnten. Befreundet mit dem Arzt zu sein ist immer eine gute Sache. Aber spür mal weiter die ganze Sache auf. Wer weiß, was da noch kommt. Das ist aber eine sehr hübsche Art und Weise, ein paar Probleme zu lösen. Wenn wir so am Druckmittel kommen, so werden wir nach und nach alle wichtigen Häuser überzeugen können, unserem Glauben zu folgen. Das finde ich ganz elegant in diesem Moment. Gut organisierter Hof. Unsere Frau ist dafür verantwortlich. Vielen Dank dafür. Unser Nachbar wird angegriffen. Okay, das ist irgendein Häuptlingskrieg. Ja, der Nachbar ist auch übermäßig schwach, muss man dazu sagen. Also, das wäre in der Tat auch für uns ein naheliegendes Opfer. Also, wenn sich jetzt in der nächsten Zeit nichts Gravierendes ergibt, tendiere ich tatsächlich dazu, einen größeren Krieg gegen Weißrutenien zu starten. Weil das passt sich hier jetzt sehr gut ein und es ist ein wirklich schwacher Gegner. So, irgendjemand hat hier gerade eine eigene Linie gegründet und ich habe es weggeklickt. Nun gut, aber was ist hier? Diener und Meister. Lech, der Neffe von Prinz Kauer, ist mir treu ergeben. Allerdings könnte ich mit der richtigen Strategie meine Übermacht sogar noch ausbauen. Das ist unser Freund. Hm. Gibt es einen Grund, warum wir unseren Freund ausspionieren sollten? Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal dabei. Ein paar Gerüchte darüber verbreiten, wie furchterregend ich bin. Prinz Kauer. Es gibt keinen Grund, gegen Prinz Kauer irgendwie vorzugehen. So. Okay. Das ist interessant. Wir können jetzt ganz offensichtlich auf diese Art und Weise immer ein starkes Druckmittel erhalten. Aber unsere Tochter interessiert uns in diesem Falle auch nicht. Das ist sogar unsere uneheliche Tochter, die ziemlich unwichtig ist. So, es gibt weiter gute Beziehungen mit König Janusz. Das ist ja der estnische König, mit dem wir nach wie vor verbündet sind. Die Meinung voneinander ist nicht besonders großartig. Er ist ja auch orthodox. Aber gut. Er ist ein Bündnispartner und er ist der Sohn unseres engsten Freundes gewesen. Insofern respektieren wir ihn. Es gibt eine neue Fraktion Pomersch als lovianskanische Populisten. Aber ich glaube nicht, dass die uns gefährlich werden kann. Ansonsten würde ich sagen, das Nächste, wofür wir Geld ausgeben, sind 1000 Gold für einen großen neuen Tempel. So, und dann wollen wir nicht verpassen. Oh, was haben wir hier? Eine Affäre. Bei der Füllung seiner Pflichten als Ratsspitzel ist Prinz Kau auf ein Geheimnis gestoßen. Unser Hofarzt Branimir hat irgendeine Affäre. Ja, okay. Er ist noch altgläubig. Okay, das ist insofern gut zu wissen. Wir können dann auf diese Art und Weise eigentlich... Müssten wir ihn überreden können. Finden wir ihn hier? Branimir, ja. Na, ihn selbst müssen wir eigentlich finden, ne? Müsste er nicht hier auftauchen? Das ist seine Affäre. Aber er selbst... Achso, ja, er taucht hier auf. Ich muss ihm bloß irgendwie... Wie sieht denn er aus? Da oben ist er, genau. Ja, passt auf. Wir erpressen ein Druckmittel. Und dann werden wir mal die Bekehrung verlangen. Achso, erstmal muss die Erpressung durch sein. Ja, das hat aber hundertprozentig geklappt. Und damit wird er sehr sicher annehmen. Nun gut, also haben wir unseren Hofarzt auch überzeugt. Ich denke, das wird er uns jetzt auch nicht übel nehmen. Oh, wow. Wir sind... Was ist hier? Tugendhaft der Graf gefeiert. Ah, nur ein... Ah, der Graf erhielt 250. Ich dachte, wir würden 250 erhalten. Graf Zibinev von Schaulen. Ein Ritter ist verbessert worden. Um zwei. Herzog Petrus. Stichwort Ritter. Das ist nochmal ein guter Hinweis gewesen. Sind unsere Söhne möglicherweise Champions? Da müssen wir nochmal gucken. Dem erlauben wir alles hier. Das ist in Ordnung. Bürgermeister. Herzog Rodolwur war... Das ist unser Sohn. Der ist aber auch Ratsmarschall. Ich finde, dem erlauben wir durchaus das Kämpfen. Das finde ich in Ordnung. Herzog Leszek auch. Herzog Petrus. Die Herzöge sind hier alle die Kämpfer vor dem Herrn. Wo ist denn eigentlich unser Sohn? Vasal, Vasal, Vasal. Hier ist noch ein Sohn. Dem haben wir das schon verboten. Graf Thomas, der kann ja auch nicht gut kämpfen. Dem verbieten wir das auch. Alles klar. So, was ich jetzt eigentlich gucken wollte, ist in Rana eigentlich schon die Erbfolge erfolgt. Ja, tatsächlich. Der Vater ist gestorben. Oh, das ist schön. Damit, gegen den haben wir ja ein starkes Druckmittel und damit können wir jetzt das tun, was wir immer schon tun wollten oder schon länger tun wollten, ihm die Grafschaft aberkennen. Und zwar durch Einsatz des Druckmittels. Aber interessanterweise, ja, ja, das bleibt weiter natürlich ein Akt der Tyrannei. Das wollten wir aber in diesem Ausnahmefall durchziehen, weil es eben ein Heiligtum ist. Und insofern kann er jetzt nicht, er wird Rivale, aber das interessiert uns wenig, er kann aber jetzt nicht revoltieren. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Und, wie ich finde, auch die eleganteste Lösung des Problems. So, an den bösen Oberwolk of Jaromar. Er hat keine andere Wahl. So sieht's aus. Du bist ein armer Mann geworden. Uns gehört jetzt hier die Grafschaft von Rana. Damit auch dieses Oberheiligtum. Ist die Frage. Nee, ich bleib mal bei meiner Linie, dass wir ein gewisses Polster immer haben, bevor wir jetzt hier den Großtempel hier bauen. Den wollen wir auch bauen. Mein Plan, dass alle drei Heiligtümer Teil, ja, des Königs, also immer Königsbesitz sind. Den werde ich nicht erfolgreich umsetzen können. Der Grund ist einfach das Erbschaftsrecht. Das wird erst möglich sein, wenn wir eine Nachfolge haben, wenn wir Primogenitur haben. Das wird aber erst kulturell im letzten Zeitalter, im Spätmittelalter machbar sein. Dann kann man das organisieren. Aber vorher wird das dann aufgeteilt werden. Vielleicht, ja, wenn jemand jetzt besonders religiös ist, kann er vielleicht versuchen, das immer wieder in die Hände zu bekommen. Aber ansonsten kann ich das als Doktrin leider nicht halten. So, der gute König, beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen, ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Verwandter König Jammisch ist. Ja, mein Fürst, so sagt mir, wer ist der edelmütige Mensch, der edelmütigste, von dem ihr je gehört habt. Wollen wir ein bisschen schleimen? Wir schleimen ein bisschen. Verbessern wir mit dem? Oh, wir verbessern mit dem immer noch die Meinung. Deswegen kommen diese Events. Das werden wir dann aber mal beenden. Wir haben ein Geheimnis weiterhin erfahren. Stefana ist eine Hexe. Die ist aber nur ein Gast an unserem Hofe. Also, insofern nichts Spannendes. Aber das hier, das könnte was Spannendes ergeben. Wir sind schon bei 1400 Frömmigkeit. Bei 2500 ist die Blutlinienreichweite. Schauen wir mal, was das wird. Wir können, glaube ich, jetzt, wir sind, glaube ich, in einer sehr stabilen Situation, doch deutlich stabiler, als ich teilweise befürchtet habe. Ich denke, wir können auch mal wieder an militärische Aktionen denken. Und da fällt Weißrutenien ins Auge. Ich glaube, darum kümmern wir uns das nächste Mal. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwein.